Epilog Freitag, 22 Uhr Werner und Helen waren am Freitagnachmittag überraschend im Theater aufgetaucht. Werners Delegation durfte nicht in Nordkorea einreisen, und so nutzten die zwei das Wochenende für eine Stippvisite nach London. Chrissy hatte später herumtelefoniert und alle zusammengetrommelt. Sie trafen sich auf dem Straßenfest in Vox Hall. Jetzt saß Chrissy zwischen ihrem Vater und Zach auf einer Holzbank. Sie aßen gegrillte Sardinen und knuspriges Knoblauchbrot. Musik wehklagte im Hintergrund. Werner war ein ziemlich guter Erzähler. Er plauderte über seine Arbeit und seine Reisen und unterhielt alle. Carlo, Madison, Raymond, Charles, Rose und Helen, alle saßen da, lauschten und fischten Gräten aus den Sardinen. Nur die Skromex fehlten. Gestern Vormittag waren sie nach Rox getunnelt. Es war ein schwerer Abschied, aber die drei hatten versprochen, wiederzukommen. Vielleicht war ihr gemeinsames Abenteuer wirklich der Anfang einer langen Freundschaft. Chrissy blickte in die Runde und musste lachen. Sardinenessen sah nicht gerade vornehm aus. Gestern bei den Castingsons ging es weitaus nobler zu. Gepflegtes Speisen, gepflegte Unterhaltung und gepflegte Manieren. Madisons Großmutter war eigentlich ganz cool. Die Lady war ziemlich gut über Chrissys Familie informiert. Sie wusste, dass Werner ein Freund von Dr. Perlmutter und Physiker war. Sie war sogar darüber im Bilde, dass er der Expertenkommission angehörte, die, falls die politischen Umstände es erlaubten, die nordkoreanischen Atomanlagen inspizierte. Später verriet Madison die Taktik ihrer Oma. James legte über alle Gäste ein kleines Dossier an. Die Lady las es, bevor die Besucher kamen, und konnte so geistreiche Bemerkungen von sich geben. Der Lunch hatte richtig Spaß gemacht. Das absolute Highlight war allerdings der gestrige Abend im Odeon. Nicht der Film, den hatte sie gar nicht richtig mitgekriegt. Etwas stupste sie sanft an die Seite. Träumst du? fragte Zack und holte sie in die Gegenwart zurück. Ein bisschen, gab sie zu. Raymond war mit Essen fertig und stand auf. Hey, habt ihr Lust mitzukommen? Mal schauen, was sonst noch abgeht. Sie zogen zu viert über das Straßenfest. Neben einem Portweinausschank war eine kleine Bühne, vor der sich eine Menschentraube bildete. Zwei Gitarristen zupften Molltöne, und eine schwarzhaarige Frau ergoss ihren Weltschmerz über die begeisterten Zuhörer. Das Essen schmeckt ja gut, aber die Musik ist zum Heulen. Portugiesische Klagelieder. Fado heißt das, oder? Wenn ich das noch länger anhören muss, kriegen meine Trommelfälle Depressionen, stöhnte Raymond. Dafür waren unsere Aufnahmen heute mega geil, oder? Alles hat gepasst, schwärmte Zack. Absolut. Gingers Ausraster hat der Band extrem gut getan. Der Sound fetzt jetzt richtig. Raymond grinste breit. Falls es klappt, wir die CD rechtzeitig fertig kriegen und zum Contest eingeladen werden, fehlt uns nur noch eine Managerin. Madison, wie wär's? Hast du Bock auf nen Job? Wie ist das Gehalt? Ähm, dürftig. Wahrscheinlich legst du nur drauf. Klingt gut, aber ich hab meine Bedingungen. Habt ihr schon ein Design? Ich meine ein Cover für die CD und ein Foto von der Band, mit Text und allem drum und dran. Nee, dachte ich's mir. Chrissy kann das übernehmen. Sie hat Talent. Ich wusste es doch. Du bist die geborene Strippenzieherin. Chrissy, was ist? Fragte Raymond. Nur wenn ich zum Contest mitfahren darf. Du musst sogar mit. Müssen? Ja, wir brauchen ne Dolmetscherin. Wo in aller Welt findet der Wettbewerb denn statt? Fragte Madison. Berlin. Die Dockland Bricks Live in Berlin Featured by Madison und Chrissy Klang richtig gut. Fast wie der Anfang einer neuen Geschichte. Message von den Dockland Bricks Leute, drückt uns die Daumen. Falls wir beim Contest angenommen werden, halten wir euch auf dem Laufenden. News gibt's unter doclandbricks.scromex.eu oder zur gegebenen Zeit im Buchhandel. Scromex Berlin Bis dann LZSG Message aus Roxxk Haben Order zurückzukehren? Passt auf, mit wem ihr chattet. L. G. B. Das war Scromex London Die Suche Von Sammy Lausanne Gelesen von Alexander Wilk Die nicht kommerzielle und unbearbeitete Weitergabe des Hörbuchs ist erlaubt. Auch erhältlich ist Scromex Berlin 13 12 Exe als Buch oder E-Book bei Scromex.de